Sie kommen, um einem Idol zu huldigen, um seine Magie zu spüren, um sich von seinem Glanz blenden zu lassen. Sie sind die Namenlosen, Gesichtslosen, treu ergeben bis in den Tod. Doch was geschieht, wenn Begeisterung zur Besessenheit wird? Und Bewunderung, Tödlich, Robert De Niro, Wesley Snipes, The Fan. Untertitelung des ZDF, 2020